Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Muschi-Gruppe? Vaginal-Selbstuntersuchung? Oh mein Gott! Eigentlich komme ich wegen des NATO-Doppelbeschlusses. Eigentlich bellen. Wir haben uns ewig umarmt. Das war irre nah. Was denkst du dir aus? Es ist Tricks. Er ist bisexuell. Freut mich. Ursula, schon wieder zu spät. Grimm hat sie alle gefögelt. Nur mich nicht. Du willst bestimmt reden, ne? Nö. Ich glaube sowieso, dass die Menschheit sich irgendwann von selbst vernichtet. Was strickst du denn da? Das ist die Apokalypse. Das ist die Apokalypse. Das ist die Apokalypse. Vielen Dank.